Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich spiele heute World of Tanks, es ist Wochenende und ja, deswegen, ich habe jetzt gerade schon 2-3 Runden gespielt, mit dem einen habe ich hier gespielt und mit Inia und mit den habe ich gespielt, 4 Runden habe ich gerade schon gespielt. Ich würde sagen, die haben hier jetzt keine Sternchen mehr, keine mal 5, deswegen werde ich jetzt andere spielen. Ich spiele jetzt den Stuart, damit ich auf Level 5 komme, Level 5, Level 5. Also ich werde probieren, diese 3 zu spielen. 3 Runden, also dann viel Spaß. Okay, ich habe den leichten Panzer, Stuart. Ich werde also scouten. Nach unten werde ich fahren. Los geht's. Uh, der Bein auf mich raufgesprungen. Scouting. Einer entdeckt, aber nicht von mir. Ich kann mal einen weiterfahren. Mal hier hinten abklappern, ob da vielleicht einer ein bisschen länger braucht zum hochfahren, dass ich den vielleicht noch schnell zerstören kann. Ich werde anvisiert. Von den da hinten, okay. Also hinten steht keiner mehr. Dann möchte ich jetzt zu den Hunter fahren. Ich hoffe, der hat keinen Drehturm. Wir haben sie. Upsa. So, der eine ist down. Oh, das sieht aber schlecht aus. Ganz schlecht. Das muss wehtun. Wir haben sie. Ich bin alleine. Da ging voll durch ihre Panzerung. Ich bin ganz alleine. Ah. Benzintank getroffen. Er ist ja schneller als ich. Ich komme mir vor wie Mario Kart. Oh. Wir haben sie erwischt. Wir haben sie erwischt. Ich habe keine Bananen mehr gehabt. So ein Mist. Gut, dann gehe ich zum nächsten Panzer, ich weiß gar nicht, was für ein anderes war, aber ich gehe zum nächsten Panzer. 5.000 Schaden gemacht, supi. Ah ne, ich muss 5.000 Schaden machen. Ich war bestimmt ganz hinten irgendwo. Boah, der zweitbeste aus meinem Team. Vom gegnerischen Team wäre ich der letzte. Okidoki, nächste Runde. Hat Spaß gemacht. Ok, ich spiele jetzt den Japaner Chihei, ein mittelschwerer Panzer. Natürlich auch wieder auf das Beste aufgerüstet wie der andere auch. Aber, ich sehe hier ganz viele Level 5er. Als Gegner, 4 Level 5er, 3 Level 4er. Äh, was ist Level? Tier. Tier 5er und Tier 4er. Äh, ich sehe ihn noch nicht. Da ist er. Ok. Anvisieren und... BAM! Wir haben Sie voll erwischt! Ach, der hat mich auch erwischt. Der ist abgeprallt! Ein mittelschwerer Panzer. Das heißt, ich muss die Stellung halten. Spiel. Ich muss die Stellung halten. Und... Wir haben Sie! Okay. Volltreffer! Super! Super! Ne Quest abgeschlossen! Ein schwerer Panzer ist noch da. Ok, das ist ein bisschen weiter weg. Müssten wir aber eigentlich schaffen. Wir sind fünf. Wer ist alleine? Ach, jetzt ist Haus am Weg. Ach, jetzt ist Haus am Weg. Abschuss! Jawohl! Jawohl! Mein Abschuss! Oder nicht! Egal! Aufhör! Ein schöner Sieg! Und... Drittbester Panzer! Upsa! Weggedrückt! Na gut! Ähm... Mit Chayer haben wir gespielt. Jetzt kommt als nächstes der Deutsche drauf. Okay! Die nächste Runde mit dem deutschen Panzer... Äh... 4D. Panzer 4D ist das. Genau! Mittelschwerer Panzer. Wieder ein bisschen nach vorne fahren. Stellung halten. Und probieren zu übersehen. Und probieren zu übersehen. Noch so eine und die sind fertig! Eine unserer Ketten wurde getroffen! RAH! Der ging voll durch ihre Panzerung! Wir haben sie! Da schließt du doch nicht! Die haben uns eine Kette abgeschossen! Wir steigen fest! Abpraller! Ach, Alter! Verparieren! Boah! Ich hab's getroffen! Der ist erledigt! Suchen wir uns ein neues Ziel! Noch zwei und die sind fertig! Kette verloren! Wir sind bewegungsunfähig! Und? Kette wieder funktionstüchtig! Los geht's! Und? Der ging voll durch ihre Panzerung! Der ging voll durch ihre Panzerung! Einner weniger! Der wird ein bisschen schwieriger! Ich glaub das schaffe ich nicht, oder? Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Ich hab' den Schuss genau in die Augen geschaut! Schau mal was die anderen hier noch machen! Reißen die das? Ach, der ist AFK! Nein! Der ist auch AFK! Das gibt's doch nicht! Der spielt da noch! Zwei Leute sind nicht auf dem Spiel beteiligt! Wow! Den kriegste! Let's go! Und? Nice! Es sind noch zwei da! Aber ob du die beide schaffst? Das ist doch schwierig! Von mir, wenn sie darf, klar! Hat er den getroffen? Oh jo! Er trifft die! Schön! Sauber! Ich denke mal der andere Gegner, der eine ist auch AFK! Ich hoffe es! Oh nein! Kommt nicht ran! Zwei Leute AFK! Ich hab ja mal öfters das eine AFK ist! Aber das gleich zwei AFK sind! Können die nicht irgendwie melden? Ey AFK! Was denn ein Bot ihn übernimmt? Schön! Super! Noch einer! Das musst du rocken! Du bist unsere letzte Hoffnung! Oh! Er schießt auf ihn! Er sieht ihn nicht! Schau mal! Die Gegend hier ein bisschen an! Oh! Dahinter brennt was, oder? Upsa! Down ist er! Ja! Ja! Der andere hat aber glaube ich doch volle Energie, ne? Ja! Er nimmt jetzt die Flagge ein! Jetzt musst du erstmal rein! Sonst verlieren wir so oder so! Sonst verlieren wir so oder so! Oh! Oh! Hier ist hinterher am Fall! Er kann sein Ton nicht drehen! Ein Vorteil für uns! Ah! Er hätte direkt hinter drauf fahren müssen! Mit Voll Speed! Und dann die ganze Zeit am Hintern kleben! Aber er hätte sehr gut gespielt! Ah! Ich habe keinen Platz Nummer 3 gekriegt oder so! So! Ärgerlich! Ärgerlich! Welchen Platz habe ich? Oh! Zwei Piste! Gut! Dann würde ich mal sagen! Das war's für heute! Dankeschön für's Zuschauen! Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nicht mehr dabei seid! Bis dann mit euch! Viel Spaß und auf Wiedersehen! Ciao, ciao! Das war's für heute! Zwei Piste!